Auf einmal wart ihr da, habt euch ganz langsam eingeschwächern. Das geht schon seit Jahren so, ich habe es endlich begriffen. Es sind die Stimmen, die ich rede, die meinen Herstand umwandeten. Wie soll ich nur mit euch umgehen? Am Anfang wart ihr gut und böse, zu mir warten viele Situationen. Da ich wusste nicht, was mit mir los war, oh ja. Es war nicht immer leicht darauf zu hören, eine schnelle Freundin fing auch an zu stillen. Wie soll ich nur mit euch umgehen? Wie soll ich nur mit euch umgehen? Doch sie hat zugehört, was meine Probleme sind. Sie ist schon wie eine leibliche Mutter zu ihrem Kind. Ihre Stimme ist in den letzten Jahren gut geworden. Sie hat es verstanden, mich ehrlich zu umsorgen. Wie soll ich nur mit euch umgehen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020